Hallo Leute und herzlich willkommen zu Bartheim Insane. Geht mal zurück zu Star Wars The Force Unleashed. Folge 4, hoffentlich. Ja, mal schauen. Ihr werdet einen Weg finden müssen, um durch den Hyperantriebskahn zu gelangen. Ist dort irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt? Ja, klar. Hier. Und so stirbt man. Blöd. Ja, hab ich ja schon. Flieg, mein Freund. Flieg nicht hoch. Mein kleiner Freund. Moment. Wo muss ich denn hin? Das war sehr nett. Ich werde mal da rüber gehen. Ich empfange Bruchstücke rhodianischer Kommunikation. Ihr nähert euch einer Art Bergungsoperation. Ich kümmere mich darum. Ich verliere, glaube ich, Energie hier unten. Ich nehme das, du elender Schuft. So. Ich muss den Scharno mal hin müssen. Ich habe da jetzt lang. Au. Was für ein Arsch war denn das jetzt? Warte, du der Oman. Derocrat von der oman! amerikanischer Kommunikation. Wiederschauen! ですか? Wiederschauen! Gut, das ist mir nicht. Ah, komm, 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 komm. Weg da. Da schießt ja jemand. Oh, du kannst mich auch mal. Hahaha, jetzt kann ich rein. Au. Wie soll der aus wie Greedo? Auf Wiedersehen. Hopp, reingefallen. So. Oh. Können wir da rein? Eclipse an Starkiller. Uns wird viel Aktivität hinter dem Hyperantriebskern angezeigt. Ja, ich versuch's. Was seid ihr? Ja, was? Ja, was? Alles wird gut. Das ist echt ein bisschen lustig. So. Kann ich da rauf hier? Wo ist da jemand? Da oben? Moin! 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 anfangen. Hier, komm her da. Du scheiße Jabba. Das mag ich. Finde ich lustig. Wo bin ich denn vorhin raufgesprungen. Wir sind aufgestiegen. Machtschub. Was habe ich denn? Wie viel habe ich denn drauf? Nichts habe ich. 3, 1, Windstuhl. Holen wir uns mal. Ich habe auch alles vergessen. Gut, wir warten. Dann müssen wir warten. 2, 1, 2, 1, 5, 1, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. ok da kommen wir nicht drauf dann machen wir sie wühlen muss da rüber wahrscheinlich ok kommen wir irgendwo drauf muss ich da rüber darüber muss ich oh 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 schass so ein schas Komm mal, Geld verdienen, aber da ist wieder untergesprungen. Oh. Auf da. Komm mal da rüber. Hm. Gute Frage. Aber ja doch. Da muss ich rein. Da muss ich aber da oben... Blitzdingsen hier. Was mach ich für ein Schad... Da oben ist... Wie komm ich da oben hin? Okay, da müsste ich ganz rauf hier. Dann könnte ich mir diesen Macht... holen. Und... Es ist mir jetzt wurscht. Ich bin ja stark nur. Ich bin da... Ich bin da... Jetzt bist du tot. Ausgemustert. Ja was, ich hasse ja was. Nicht so wie Ewoks, aber auch. Waren das ja die Zukunft, oder? Ich bin da... 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 Und... Ich bin da... was das hier sein soll. Registriert ihr irgendetwas? Nur eine verzweifelte Übertragung. Die Plünderer haben keinen Widerstand von den Droiden erwartet. Wie groß? Wenn das ja alle Blitzdingsen sind. Au, das ist nicht einmal so ohne, oder? Das ist nicht einmal so ohne, oder? Was schießt denn auf mich? Was schießt denn auf mich? Was schießt denn auf mich? Ich habe die da hinten getroffen. Ich habe die da hinten getroffen. Ich habe die da hinten getroffen. So, da oben sind da welche. Lass euch blitzinken. So, ich muss da drauf, oder? Die Frage ist nur, wie? Jetzt, hier kommen wir wieder hier. Was kannst du eigentlich hier? Nix. Ich muss da drauf. 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 Ich muss da drauf drauf. Ich muss da 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 drauf drauf. Ich muss da drauf drauf drauf. Ich muss da drauf 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 drauf. Aha, du Schurke, braucht vielersinn, guten Fluch. Erste Klasse beinfrei. Du siehst mich einfach nicht. Das ist mir schass, oder? Das ist mir schass, oder? Auf Wiedersehen. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, was fliegen, Tief. Schlechtes Wetter. Okay. Ja, ich muss da hin, da weiß ich ja, aber da ist nix. Aha. Was lohtet das? Was passiert jetzt? Gut, das ist jetzt aber eine gute Stelle. Die Folge dauert eh schon wieder lange. Um diese Folge zu beenden, wir sind ein bisschen weitergekommen auf diesen Schrottplaneten. Ein bisschen hängen geblieben sind wir, aber wir haben dann den Weg doch gefunden. Ich hoffe, ihr habt es euch gefallen und wenn ja, dann lasst ein Like da Leute. Starkiller kehrt nächste Woche zurück am Mittwoch zur nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bye, bye, euer Gizmo. Musik Untertitelung des ZDF, 2020